Das Gebirge Mehrere Berge bilden zusammen ein Gebirge. Ein hohes Gebirge. In den Ferien ins Gebirge fahren. Im Gebirge wandern. Das Gebirge ist schwer zugänglich. Das Gebirge steigt steil an. Mit dem Gleitschirm über das Gebirge schweben. Vom Berg hinab ins Tal fliegen. Das Schuldengebirge. Ein Gebirge von Schutt. Das Gebirge von Schutt. Untertitelung des ZDF, 2020